Guten Morgen meine Lieben, heute mal etwas später. Ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, die, die meinen Community-Status gelesen haben, die wissen, was es ging jetzt seit Donnerstag. Ich danke erstmal allen für ihre Anteilnahme, für mein Pferd, für die Verletzungen. Ich kann schon mal sagen, die Wunde ist am Abheilen, aber sie sucht und eitert. Es ist im Moment ein bisschen schwierig, Strafanzeige ist gestellt. Ja, jetzt können wir nur darauf hoffen, dass wir irgendwie dahingehend was in Erfahrung bringen, wer diese Tiere verletzt hat. Aber ich möchte mich ganz herzlich für eure Anteilnahme bedanken und auch dafür, dass ich mir jetzt ein bisschen Auszeit nehmen musste. Also, meine Lieben, die Sonne scheint, es ist der letzte warme Tag, Gott sei es gedankt. Ich hoffe, es geht euch im rückläufigen Merkur gut. Heute ist meine Technik ausgefallen in Bezug auf die Verbindung von meinem Handy zur Kamera. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Unterlasst mir gerne eine Nachricht. Wir gucken uns jetzt aber mit dem klassischen Rider-Raid-Tarot an, was heute an Energien in unser Feld kommen. Und genau. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier aus einer lichtvollen Perspektive an. Wow. Zehn der Kelche. Wir haben hier ein Familienthema. Familiär sehe ich hier heute ein ganz tolles Familienleben. Es ist alles in Ordnung. Ja, einem geht es einfach familiär sehr gut. Wir gehen mal weiter. Ich sehe dich heute in einer männlichen Energie. Ja, denk immer daran, die Personenkarten sind spezifisch, also geschlechterunspezifisch. So, und du bist heute sehr fürsorglich. Also du bist sehr aktiv, männlich, unterwegs. Also deine männliche Energie ist heute mehr da. Also das heißt, in familiärer Hinsicht hast du heute, ich denke mal, viel zu organisieren. Du hast einiges zu regeln, aber das machst du auch gerne. Ja, und zwar hast du heute etwas vor. Du möchtest etwas verändern. Du möchtest einen alten Zyklus verlassen mit deiner Familie und du möchtest in eine neue Zeit reingehen. Ja, und du hast auch von der Energie bist du heute auch ganz, ganz positiv. Und was ich total schön finde, ist hier heute, dass du hast ein Ziel vor Augen. Ja, die drei der Stäbe ist ein Ziel, was man hat. Man weiß, wo man hin will. Und das passt wieder mit der Welt, weil man geht gemeinsam. Es kann auch sein, dass der König der Kelche dein Partner ist. Und dass du gemeinsam mit den Kindern oder mit deinem Partner, entweder mit den Kindern weitergehst und deinem Partner. Oder aber ihr habt hier Thema Familienplanung. Also wir haben hier auch liebevolle Gespräche von Herz zu Herz. Wir haben heute ganz, ganz, ganz viel Liebesenergie. Ganz viel, wie soll ich sagen, tolle Gespräche von Herz zu Herz. Und ich möchte das Ganze jetzt nochmal klären mit den Lennemore-Karten. Ja, und zwar erfüllst du dir im Bereich der Familie einen Wunsch, was auch immer das in deinem Feld sein mag. Ja, der Stern steht immer für Wunscherfüllung, Träume. Einige werden sicherlich heute erfahren, sie sind in anderen Umständen. Andere haben halt, weiß ich nicht, neue Ziele mit ihrem Partner. Es kommt hier entweder jemand auf dich zu oder du gehst hier heute hoppla hopp auf jemanden zu, dass du sozusagen oder ihr hier in eine neue Zeit geht. Und die Welt, was gibt es hier für die Welt noch an Informationen? Moment. Du bist ganz aufgeregt, du freust dich hier. Ich habe hier eine ganz freudige Energie, die dich ganz aufgeregt sein lässt. Das ist nicht die dritte Energie oder eine dritte Energie, sondern das bist du selber, weil du dir hier mit deinem Gegenüber deine Wünsche erfüllst. Wie gesagt, das kann eine Schwangerschaft sein, das kann aber auch ein Umzug, eine Reise, irgendwas in diese Richtung sein, wo du sagst, und das wollten wir schon immer. Ja, es geht hier um einen Neuanfang oder halt wirklich für einige um ein Kind. Dass du weitergehst, dass du aufgeregt bist, dass du Ziele hast in Bezug auf ein Kind oder, wie gesagt, ein werdendes Kind oder ein schon inkarnierter Erdenbürger. Ja, die Gespräche, da gibt es etwas, was dich unsicher macht oder aber was dein Gegenüber unsicher werden lässt. Ich kippe euch mal ein Beispiel. Wenn man nicht mehr damit gerechnet hat oder nicht rechnet, dass man in anderen Umständen ist, dann kann es sein, dass der Fuchs in den Gesprächen von Herz zu Herz die Energie hochkommen lässt, dass man weiß gar nicht, ob man schon bereit ist für ein Mama-Dasein oder ein Papa-Dasein. Oder dass man, wenn man zum Beispiel seine Kinder loslassen muss, dass man aufgeregt ist, dass ein Kind dann in eine weitere Zeit geht, in eine neue Zeitepoche geht und du dein Kind begleitest, dass du da nicht ganz sicher bist. So nach dem Motto, ich meine, wir wissen alle, jetzt waren alle Eltern, unsere Kinder haben immer tolle Ideen, die wollen sich entwickeln, die wollen groß werden, die wollen, dass wir sie auch loslassen, dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Also wir haben hier echt ein Familienthema heute und das ist aber toll, das Familienthema, weil das sind Aufgaben für uns, die sich hier erstrecken, wo wir daran wachsen können. Also ich sage mal so, unsere Kinder sind nicht so aufgeregt wie wir. Und wenn du hier etwas hast und sagst, nee, das geht nicht um Kinder, sondern einfach um einen Neuanfang, dass vielleicht du, dein Partner eine Familie darstellen, dann kommt vielleicht auch dein Partner mit einer Idee auf dich zu, für einen Neuanfang. Oder vielleicht sagt er zu dir, du pass auf, ich könnte mir vorstellen, mit dir hier Kinder zu kriegen oder irgend sowas in der Art könnte hier heute in dein Leben kommen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Energie. Also Familie, Familie, Familie. Also es ist ein ganz, ganz, ganz lichtvoll, liebevolles und mit ganz viel Energie der Liebe behaftetes Thema. Ich möchte gerne für euch nochmal eine Engelherzbotschaft ziehen. Was sagen die Engel hier für diese Community, für diese Gruppe, die hier heute angesprochen wird? Ja, zwei Karten sind rausgefallen. Ja, Wahnsinn, guckt mal. Engel für Liebe und Bedingungslosigkeit. Weil ich dich wirklich liebe, lasse ich dir deine Freiheit. Ja, Neuanfang, wir gehen weiter. Vielleicht besprecht ihr hier auch irgendwas in Bezug dessen. Das ist das eine. Das andere ist, Engel für Wohlstand und Fülle. Ich lasse es zu, dass mich das Leben reich beschenkt. Ja, ein Neuanfang oder ein Kind ist beides ein Geschenk, was, ja, wo man sagt, das Leben beschenkt mich einfach reich. Die Freiheit zu leben, in einer lichten Beziehung zu sein, ein Kind zu bekommen. Also wie gesagt, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, meine Lieben. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch ganz viel Liebe heute und wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke für eure Abos, für euer Like. Danke für eure Unterstützung. Und nochmal an alle, die an mein aktuelles Thema, was ich gerade habe, mit meinem Pferd teilgenommen haben, nochmal ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.